Einen sonnigen Gruß von der schönen Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen auf unserer Länderseite zum Tag der Deutschen Einheit. Der Tag der Deutschen Einheit findet in diesem Jahr in Halle an der Saale statt. Und auch wir präsentieren uns dort als Land Mecklenburg-Vorpommern. Mit unserer unverwechselbaren Natur. 2000 Kilometer Ostseeküste, 2000 Seen, Huchenwälder, drei Nationalparks und vieles mehr erwartet Sie in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind ein Land zum Urlaub machen und ein Land zum Arbeiten und Leben. Mit tollen Universitäten, mit interessanten Arbeitsplätzen, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien. Schauen Sie sich das selber an. Bei uns vor Ort in Mecklenburg-Vorpommern oder bei unserer Präsentation in Halle an der Saale. Wir freuen uns auf Sie.